So, ein bisschen weiter Bäume fällen. Ich mag den Ausblick. Ja, ich kann das von außen fertig bauen. Minimal unlogisch. Ich glaube, das hat das Haus getroffen. Das Haus sieht nicht mehr ganz so heil aus. Ich kann Vögel töten, ohne das Haus kaputt zu machen. Cool. Kann man ein Zeug ablegen. Cool. Wie cool. Damit habe ich schon mal eine Federfarben. Wenn man das so sehen kann. Das heißt aber, warte mal. Ich kann mir auch hier raus mal wieder eine Rope machen. Aus einer Rope. Ein Stiggy und Cloth. Genau, kann ich mir hier einen Crafted Bow machen. Mir fehlen dafür noch Knochen. Warte mal, da war doch gerade was. Ah, hier. Schon habe ich... Tada. Das habe ich normale Dingens. Normale Knochen. Ach, normale Knochen. Normale Pfeile. Gott. Okay. Der Baum ist neu gewachsen. Interessant. Und damit haben wir den Baum weggeknackt. So, tun wir ein bisschen rennen. 6, 7, 7, 8, 9 und 10. Mein armes Holz. Menno. Da unten wäre auch geil zu wohnen. Gucken wir mal, ob wir das noch so durchziehen mit der Mauer. So, ähm... Können wir eigentlich das hier kaputt machen, ne? Das ist ja jetzt mein Haus. Und tschüss. Und tschüss. Den weiß ich nicht, ob ich den da noch lasse. Ich denke eher nicht. Ich denke eher nicht. Wizard! Verdammt. Komm her. Ich bin vorbei. So, ich bin wieder ausgepowert Kann ich noch irgendwas craften? Kann ich hier wieder Ne, dafür brauche ich ja Boost Na genau Bisschen Rüstung Okay, kann ich mir schon wieder keine Stealth Armor machen Dann muss ich dann glaube ich Ein bisschen mehr von diesen Leuten töten Nein Meins Lizard, Lizard, Lizard Zwei Lizards Oh, aber nur einen Getroffen Verdammt Verdammte Kacke Nur einen bekommen Ja, erstmal durch die Denkflieb Entschuldigung So Wir planen mal wieder ein bisschen Hier So Ich möchte hier auf jeden Fall noch Einen Drying Rack inhauen Kann ich das vielleicht sogar so machen Dass ich Noch einen So, vielleicht Muss ich dann theoretisch Kann ich den auch noch fertig bauen? Und dafür habe ich nicht genug Sticks 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 sind ja hier vorne irgendwo Gibt es ja ganz viele Und hier ist ein ganz dichter Wald Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Sticks Nur falls kann man sich auch hier abfahren So Zumachen So Es interessiert mich jetzt, ob ich dann da noch zwischen komme Ja Das passt ja super Das passt perfekt Na guck mal Das freut mich So Dann wird hier wohl wahrscheinlich die Drying Rack Seite Ein bisschen drehen noch So Pack doch nicht so rum Machen wir es so So Falls euch jetzt denkt Dass ich ein bisschen übertreibe Nee Tu ich nicht Ich möchte das so So Und zum guten Ja doch Hier kann ich auch noch zwei rein Hinpacken So Können wir die auf jeden Fall schon mal hier Anfangen zu basteln Kann ich den hier aufhören? Nee das ist nur eine Deko Doch Ah Bin ich aufs Schein Nein 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 Huh Verdammt Ähm Ja gut Von Holz Ah Ich lasse euch mal hier liegen Jetzt habe ich halt gar keine Medikamente mehr Wann mal kann ich hier Metz Ja Kann ich ja bestimmt jetzt Jawohl Verdammt Jetzt sind wir hier runtergefallen Covered in Blut Ja Warte mal Dann machen wir mal entgegen Ne So Und da unsere Achse ist auch wieder sauber Hm Ich habe die Gegend hier auch unten noch gar nicht angeguckt Ich glaube sogar ich weiß wo das hier ist Bin mir aber gerade nicht sicher Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher ob das Wobei warte mal wenn wir noch hier sind Sind hier Schildkröten? Nichts dass ich sie sehe Schade Eichhörnchen Ein Reh Komm her Zu hoch Ja Wir haben ein Reh Das war jetzt ja gerade What the Nee Den Kopf möchte ich nicht Und den Eichhörnchen möchte ich auch nicht unbedingt töten Wo ist denn der andere Pfeil gelandet? Vier Vier Pfeile Voll daneben Ja Treffer Oh wie cool Wart wir können keins mehr mitnehmen Schade Warterskin Warterskin Cool Das war jetzt gerade sehr interessant Na Wondery Kann ich dich auch töten? In der Forrest kann man eigentlich alles töten Man kann einfach ein Eichhörnchen töten Ernsthaft? What? Man kann einfach alles töten in der Forrest oder? So kann ich ja Guck mal da passen ja die ganzen Drying Wrecks an Ah ich glaube ich weiß wo das hier ist Aber ich will hier erstmal wieder zurück Jo 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 Ganz ausgepowert hier Jo 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 Guck mal, hier habe ich Timmys Bild am Gang gehabt. Warum auch immer das immer noch da hängt. Okay. Warum will ich die immer noch schlachten, obwohl wir die nicht mehr mitnehmen können? Ist hier irgendwas? Blueberries. Okay, tschüss. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Wir gehen trotzdem mal Richtung Haus. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme schon abgebrochen war. Aber wir sind hier gerade am Kämpfen. Und zwar bin ich hier dabei, das Dorf zu lösen. Ich glaube, wir gehen mal wieder zurück. So, erstmal gucken aufs Handy hier. Wenn jemand von mir wollte. Ah, es ist sehr ärgerlich, warum die Aufnahme auch immer abgebrochen war. Okay. Die Aufnahme war gerade nochmal gestoppt. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt aber erkannt, woran es liegt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht sehr viel vergessen hätte aufzunehmen. Und es wird wahrscheinlich eher Unmengen sein, die ich jetzt nicht aufgenommen hatte. Aber, krach. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ach man. Das ist so jetzt gerade doof. Speichern wir mal. Speichern wir mal. Verrschтеat. Und jetzt schon im von 8 Bis zum Treffen. Begirteat. Sonstruktur. So. So. Vielen Dank.